Der SWIT Schweiz möchte seine Mitglieder dazu ermutigen, den Schritt zur Digitalisierung zu wagen und offen mit dem Thema umzugehen. Denn positive Veränderungen bedeuten nachhaltig immer den Fortschritt. Und genau deshalb gibt es den SWIT Digital Kompass. In Zusammenarbeit mit dem Immobilienverband Deutschland wurde der Digital Kompass für die Schweizer Immobilienwirtschaft entwickelt. Dieser hilft Ihnen, sich in der digitalen Welt nicht nur zurechtzufinden, sondern zeigt Ihnen auch auf, an welchem Punkt im digitalen Zeitalter Ihr Unternehmen steht und hilft Ihnen mit nützlichen Tools bei der Optimierung Ihrer digitalen Prozesse. Wir möchten Ihnen und Ihrem Unternehmen helfen und Sie durch den Dschungel der Digitalisierung führen und Lösungen präsentieren, damit Sie Ihre Arbeitsprozesse und Ihr Tagesgeschäft noch optimaler gestalten können. Weitere Infos finden Sie unter swit-digital-kompass.ch. Wir freuen uns auf Sie!